Alexandrinischer Ritus oder Alexandrinische Liturgie nennt man den christlichen Gottesdienst im altkirchlichen Patriarchat Alexandria und dessen Nachfolgekirchen, den beiden alexandrinischen Patriarchaten der Kopten und der Chalcedon-Inser, den heutigen Patriarchaten von Äthiopien und Eritreie. Die koptische und die äthiopische Kirche haben liturgiegeschichtlich ihre jeweils eigene Entwicklung genommen, so dass man auch von einem koptischen Ritus und einem äthiopischen Ritus sprechen kann. Untergegangen ist die Tochterkirche Alexandrias in Nubin, von deren Gottesdienst sich nur monumentale und schriftliche Quellen erhalten haben. Die Grundsprache alexandrinisch-ägyptischer Liturgie ist und blieb das Griechische. Noch in der Spätantike traten verschiedene koptische Sprachen hinzu in den Mischensgebieten das Nubische und das Äthiopische. Nach der Arabisierung Ägyptens wurde das Arabische für die biblischen sowie hagiografischen Lesungen aufgenommen und in den priesterlichen Gebetbüchern als Verständnishilfe in Marginalübersetzungen genutzt. In der Neuzeit kommt das Arabische zunehmend auch in Texten der Gemeinde zum Tragen. Liturgiegeschichte Die Anfänge des christlichen Gottesdienstes in Alexandria sind ebenso dunkel wie die Ursprünge seiner Christengemeinde. Auffällig sind einige Übereinstimmungen mit der frühen Stadtrömischen Liturgie. Die klassische alexandrinisch-ägyptische Liturgie der Kirchenväterzeit kennen wir vor allem durch verstreute Hinweise in der altkirchlichen Literatur, eine ständig steigende Anzahl papyrologischer Dokumente sowie drei Gebiesssammlungen, das in einem Mischkodex des Vierte Jota tradierte kleine Eukulotschen der Sammlung R. Die Exzerpte eines alexandrinischen Eukulotschens darin ein umfängliches Taufbuch im Sondergut der äthiopischen Traditio Apostolica. Punkt. Eine neue liturgiegeschichtliche Lage entsteht mit der Spaltung des alexandrinisch-ägyptischen Christentums in Das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Alexandria, der Anhänger des Konzils von Schokhedon und die sowohl Griechen wie Kopten umfassende Mehrheitsfraktion, die in ihrer Christologie Severus von Antiochia folgt und heute als koptisch-orthodoxes Patriarchat firmiert. Der ererbte altkirchliche alexandrinische Ritus wird nunmehr von zwei recht verschiedenen Gruppen gepflegt und auf je eigene Weise weiterentwickelt den Chalcedonensern in und um Alexandria sowie den Christen in Mubien, die ob schon konfessionell und organisatorisch mit dem Kopten-Patriarchat verbunden, für die Dauer ihre Kirchengeschichte bei den priesterlichen Gebeten im Gottesdienst ausschließlich das griechische Benutzen. Demgegenüber führt das Wachsen von Kopten und dem koptischen geprägte alexandrinischen Patriarchat der Gegner des Konzils von Schokhedon, die gottesdienstlichen Traditionen der ungeteilten alexandrinisch-ägyptischen Kirche nicht ungebrochen fort. Es entwickelt vielmehr eine eigene liturgische Ordnung, in der sich alexandrinisch-ägyptisches Heimatgut mit importierten Texten von Nachbarkirchen, besonders aus Syrie, und mit Lesefrüchten aus der pseudapostolischen Literatur verbindet. Der koptische Ritus, mit breiter Übernahme der byzantinisch-konstantinopolitanischen Liturgie durch das griechisch-orthodoxe Patriarchat von Alexandria sowie dem Untergang des Christentums in Nubien gerät der rein alexandrinische Ritus bis auf wenige Reste außer Gebrauch. Die Feiern Das in Alexandrien ausgebildete Traditionsformular der Eucharistiefeier ist die nach dem als Kirchengründer verehrten Evangelisten benannte Markos-Liturgie mit der Markos-Anaphora als Hochgebet. In der Liturgie der Kopten tragen beide den Namen des Patriarchen Kyrie von Alexandria. Aus spätantiker und frühislamischer Zeit sind eine Anzahl von Fragmenten auf Papyrus erhalten. Die gesamte Liturgie bezeugen mittelalterliche Handschriften in griechischer Sprache sowie verschiedene koptische und arabische Übersetzungen. Die Kirche von Alexandria übernahm aus Antiochia die dort seit der 2. Hälfte des 5. J.H. übliche feierliche Form der Weihe des H.L. Meiren. Sie blieb nach der Kirchenspaltung in beiden Fraktionen, den Melkiten wie den Kopten, üblich. Die alexandrinisch-melkitische Gottesdienstordnung ist nur handschriftlich erhalten. Veröffentlicht wurde ein lückenhafter Zeuge aus einem süditalienischen Manuskript des 12. J.